Wir wissen, dass von der Gerechtigkeit getrennt ist, kann eher als List, denn als Weisheit bezeichnet werden. Keine Festung ist so stark, dass Geld sie nicht einnehmen kann. Vertrauen ist das Gefühl, mit dem sich der Geist mit sicherer Hoffnung und Vertrauen in sich selbst auf große und lange ehrenvolle Wege begibt. Fangen nie an, aufzuhören, hören nie auf, anzufangen. Tugend ist der einzige wahre Adel. Das Band der Gesellschaft sind Vernunft und Sprache. Was erlaubt ist, ist nicht immer ehrenhaft. Cui Bono, wem nützt es? Das Band der Gesellschaft.